Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Derjenige, der das geschrieben hat, war meiner Meinung nach noch nie in einer Beziehung. Ist es Hass, Angst, Stolz, Eifersucht oder Liebe? Was ist los mit uns? Was bringt uns jeden Tag dazu, das zu tun, was wir tun? Nichts. Warum bewegt sich nichts? Warum entfernen wir uns voneinander und halten uns trotzdem aneinander fest? Schlag doch zu! Schrei mich an! Schrei mich an! Verstehst du mich? Das Schlimmste, was man jemandem antun kann, ist ihm nichts anzutun. Wie fühlst du dich, wenn dich jeder ignoriert und keiner mit dir spricht? Warum reden wir so viel und doch so wenig? Warum verletzen wir uns nur so dermaßen? Weshalb macht keiner den Anfang? Oder sind wir bereits am Ende? Warum, warum? Wenn ich mich das nicht die ganze Zeit fragen würde, hätte sich vielleicht schon was geändert? Es heißt, Kinder würden elendig zugrunde gehen, wenn sie von Geburt an keine Liebe erfahren. Was passiert mit denen, die sie nicht mal zeigen können? Jetzt würde ich dir gerne zuhören. Einfach nur zuhören. Es gibt bei den Schämtern. Das war's nicht so! Gustav. Wir haben einen, also ein Schubbappen und einen Schlag. Wie mit dir gemacht hat. Was war denn mit? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020